Über meine beiden Filmaufträge in Glen Bay war es ganz klar, dass ich natürlich mit meinen Freunden von dort auch an den Grand Lake State Park gehe. Am National River ist das das schönste Fischerurlaubsgebiet, was ich je gesehen habe. Es ist wunderbar für die Angler und am Sonntag oder schon am Samstag ist hier der Teufel los. Die Fangquote von tollen Fischen ist hier sehr hoch, sodass jeder in Genuss kommt und auch in den Fischgenuss für die Pfanne. Der Grand Lake State Park in Missouri ist einer von wenigen, der allen ohne Angelschein hier die Erlaubnis gibt zu angeln. Auch Pitt und Joshua haben hier ihre Fische gefangen und werden sofort zubereitet, filetiert. Man sieht, es sind die richtigen Angler. Sie verstehen ihr Handwerk und sie freuen sich natürlich auf die Fische dann in der Pfanne. Der Grand Lake State Park mit Joshua River in der Nähe ist ganz klar, kann man eigentlich nicht leer fischen. Der Fischbestand ist sehr gut und man hat alle Möglichkeiten, immer wieder an dem Wochenende auch Fische fangen zu können. Der Betrieb ist überschaubar und die Leute verstehen sich. Musik